Was sind Pilze? Ich habe Angst, dass hinter mir was ist. Deswegen laufe ich gerade so. Alter, fick dich. Schäde happens. Scheiße, passiert. Ach, kacke. So. So. Mache ich jetzt mal so viele Fackeln erstmal wie möglich. Und graben. Also abhacken. Gott, ich bin es so gewöhnt. Mit dir Mann Spitzhacken und nein. So. Weil ich mag diese Kack-Lieder nicht. Wirklich. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich schon wieder aufnehme. Scheint mich auch gerade mal wieder gar nicht zu interessieren. Und ich habe hier Angst, dass es mir hier zu dunkel ist. Also, so dunkel das. Also, dunkel genug für die Viecher. Sagen wir es so. Alter ist das. Schon wieder kacke weit oben. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier wieder hier weiter. Es ist mir hier gerade alles so voll dunkel. Ach, egal. Ich dachte gerade an, dass ich damals ja die Helligkeit höher geschraubt habe. Aber weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das immer noch so ist. Aber ich werde jetzt nicht nachschauen. Bin gerade viel zu sehr in Minecraft-Stimmung. Ja, ich dürfe wahrscheinlich sogar schon im zweiten Part sein. Also im Part. Warte. 34 müsste das sein. Wenn nicht sogar schon mehr. Mystisch. Das ist Gold. Das war's. Kein Redstone. Ich brauche Redstone. Ach, genau. Hm. Ja, toll. Eisen brauche ich jetzt nicht. So, hier. Wir jetzt kommt ein Viech von hinten und meint mich hier zu bombardieren. Oder irgendeine Scheiße. Und es ist derzeit Nacht oben, wie wir sehen. Da ist gerade ein Monster. Auf welche Höhe befindet sich? Ach, 27 erst. Ich will hier einfach mal gucken. Okay, hier ist nichts. Lalalala. Ich das immer hasse. Ja, und was ich noch sagen wollte. Ähm, ja. Neue, äh, neues, äh, etwas, also, neuer, blip, neues Projekt. Genau. Neues Projekt, äh, Sonic Generations. Was für euch dann wahrscheinlich an diesem Tag kommt. Für mich ist es morgen. Boah, ist das dunkel hier. Hier ist ein Monster. Warum ist schon wieder so eine Kackmusik? Oh, yeah. Obwohl, wartet, ich mach mal eben Musik aus. Ich hab hier doch vorhin eins gehört. Ich hab hier doch vorhin eine Kackmusik. Aber Redstone. Dann, 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 dann. Ähm, dann mach mal hier oben mal zu. Einfach so aus. Aus dem Sinne für. Ich will, äh, Eisen, aus diesem Sinne. Nein, nicht nach unten bauen. Schlecht. Schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Ist immer schlecht. Ich könnte dann eventuell cheaten. Ich glaub, ich glaub, ich würd's sogar tun. Einfach aus dem Grund, dass ich keinen Bock hätte, diese Welt zu verlieren. Nur wegen dummer Lava. Ja, ich könnte jetzt mal wieder eine Mucke anmachen. Das mach ich ja auch eben. Das Lapis. Obwohl, wartet. Nein, geht nicht. Ist zu laut. Eindeutig. Ich mach's jetzt. Ah, Redstone. Genau das, was ich haben wollte. Hier ist auch sicherlich niemand. Okay. Komm schon mehr. Muss doch noch mehr sein. Alter, fick dich. Bin ich voll krass scheiße. Alter, da ist ja geil mehr, Redstone. Boah, ich brauch noch mehr. Alter, gib mir mehr. Komm, noch mehr. Warum ist hier so... Ah, da. So, wie viel haben wir denn? 30. Wartet mal. Grob überschlagen. 15. 12. 12. 14. Ach, das... 14. Ja, ich hoffe, es reicht. Es sollte reichen. Das heißt, wir können schon wieder hoch. Endlich. Was labere ich hier? Endlich. Ja, dann sind wir von da gekommen. Und gehen auch ganz schnell wieder. Verlassen ganz schnell wieder die Party. Hä? Achso, nein. Wahrscheinlich von hier. Oder? Ja. Okay, dann. Haben wir es. Es ist auch schon wieder Tag draußen. Einfach mal so zur Sicherheit nochmal mit einer Waffe ausrüsten. Na. So. Äh, wenn nicht schon wieder oben? Ja. Aber ich weiß, da, da muss ich doch lang, oder? Gott, ich bin so angespannt. So nach dem Motto, wie lange noch... Wie lange noch, bis ich draußen bin. So. Ungefähr. Ist es ein Vieh? Wenn ja, tu mir nichts. Nein. Okay. Oh. Skeletten. Hä? Hier irgendwo ist ein Skelett. Gut. Wahrscheinlich erfahre ich es gleich, indem es mich abschießt. Aber wir sind ja schon wieder zu Hause, ne? Oh. Okay, Leute. Dann, äh, hab ich das schon mal für nächstes Mal. Alles zusammen. Ähm. Hier war's. Das macht mich glücklich. Dass wir das alles schon haben. So, jetzt können wir hier mal. Eins, zwei. Und... Hab ich das noch? Ne, hab ich natürlich nicht mehr. Dann sind wir mal... Ein bisschen verschwenderisch. Und ich sag... Bis zum nächsten Mal. Diesmal ohne Musik. Das letzte Stück war's halt. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.